My life is a party, my home is the club, I party like a rockstar, dance until I drop, my love is a party. Jo meine Leute, Happy Eastern wünsche ich euch und willkommen zum 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga-Saison 2022-23 Predictions. Los geht's alle Spieler live bei Sky Sport auf Sky Sport Bundesliga und in der Sportschau im Radio. Und 1 auf Sport1. Los geht's heute um 13 Uhr. Eintracht Braunschweig unterliegt 1. Hälfte Kaiserslautern 1 zu 3. Dann 1. FC Nürnberg verletzt gegen Karlsruhe SC 2 zu 4. Dann der Hamburger Sportverein und der Hnaufer 96 trennen sich 1 zu 1. Dann das Typico 2. Bundesliga-Topspiel der Woche live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga-Top-Event in der Sportschau im Radio und Sport1. 1. FC Heidenheim gegen FC St. Pauli. Das Ganze geht 2 zu 0 aus für den 1. FC Heidenheim. Herzlichen Glückwunsch. Und morgen um 13.30 Uhr der SV Darmstadt 98 gegen den FC Paderborn 07. Das Ganze geht 1 zu 2 aus für den FC Paderborn 07. Herzlichen Glückwunsch. Und dann DSC Armini Bielefeld und Fortuna Düsseldorf trennen sich 2 zu 2. SV Sandhausen verletzt gegen Spielvereinigung Kreuzer für 0 zu 4. Und dann der FC Hansa Rostock und Holstein-Kiedes trennen sich torlos 0 zu 0. Und der SV Jan Regensburg und Erstkläfte Magdeburg spielen 1 zu 1. So, das war's vom 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga-Saison. So, wenn auch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann ist das Glöckchen, das nicht vergessen sollte wehensam. Die geile Benachrichtigung auf diesem Channel und ich wünsche euch noch schöner Ostern. Good Kick, ciao!